Joko Pumungas, der hat eine richtig schlechte Verbindung aus Indonesien, Jakarta. Aber ich weiß, F5, ganz großer Schach, nehmen wir weg, was auch immer das sein soll, ich weiß es nicht. Spielen wir das mal mit langer Ruchhade oder kurzer? Machen wir das mal mit langer Ruchhade. C6 ist ein bisschen lahm. Ja, jetzt spielst du aber mit langer Ruchhade und da muss es einfach super sein für mich. Okay, jetzt ist es einfach gut für weiß. Ja, tauscht. Ich muss ein bisschen vor dem aufpassen. Für den habe ich den geplant. Also, er könnte den spielen, den kann er hier nehmen, dann kann ich aber da nehmen erstmal. Okay, Springer D4, jetzt greife ich den an, das ist stark. Und jetzt habe ich F4 im nächsten. Ja, natürlich Springer E4. F4, Springer D2, Dame D2, Springer E4. Ja, einfach einen Bauer mehr jetzt, dafür hat er mehr Zeit durch diese bescheuerte Eröffnung. Jetzt hängt der E6. Jetzt hängt der E6, Läufer G4 kann er machen, Springer E4. Wenn der Springer E4 spielt, kann ich Dame B3 machen hier sehr stark. Oh, die Dame hängt, Vorsicht, Kollege. Da ist bei einer eingestellten König weg nochmal hier. Aus den Schachs rausgehen, A6, Läufer D3. Ich will also A6 das Tempo mir schenken. Turm E8. Und dann nehme ich einfach weg, oder? Turm E8, Läufer nimmt, Turm nimmt, Turm nimmt. Komm, mach es mal einfach, ey, komm. Nicht kompliziert. Ich habe einfach was mehr. Alles tauschen. Super Springer. Turm ins Zentrum, der Läufer ist schlecht. Okay, Läufer G4, hätte ich jetzt mal drauf achten können. Turm F1, der Springer ist ja besser als ein Läufer. Ich muss ein Luftloch machen und dann Dame B3 den angreifen. Warum er den macht, weiß ich nicht. Okay, Damentausch kommt mir natürlich zugute. Der Springer ist natürlich bombastisch hier, ne? Und jetzt laufe ich mit dem König einfach ran. Er kommt auch nicht rein, ne? Er macht B6, ne? Bringt überhaupt nichts, was ich hier mache. Ja, kommen wir mal zurück. Ja, jetzt muss ich aufpassen, dass ich jetzt hier diese dominante Stellung nicht verbasle. Und mit dem König einfach ins Zentrum. Oh! Oh! Das ist nett. Schwäche hier. Ich komme einfach jetzt hier hin. Ja. Nach E2. Dahin mit Tempo. H4, König D2, HG3. Nimm, HG2, Turm A1. Läufer L5. Greift meinen Turm an. Greift den dann. Er verliert den, ne? Ah ne, Quatsch. Er kann ihn ja noch denken. Wie bitter. Okay. Springer gegen Läufer Endspiel ist tot geworden hier. Machen wir erst mal den. Und dann den hier. Ah, war Läufer F5, ne? Das muss gewinnen, ey. Ich habe keine Zeit, um es zu rechnen. Das muss gewonnen sein. Das muss gewonnen sein. Das muss gewonnen sein. Das dauert alles zu lange, ey. Das dauert alles zu lange, ey. Todes gewonnen, die Scheiße. Jetzt kommt der König nach D4, genau. Habe ich gut gemacht. Jetzt kommt der König nach D4. Kann er nicht decken. G2 ist gedeckt. 34 Sekunden. Er nimmt. Ich nehme. Wo soll der Läufer hin? Ich drohe gar nicht zu nehmen, ne? alles riskiert. Ich nehme auch gerne, wenn ich dabei die Scheiße habe 変 desp badechen. pero ich vermblack mich. Ich nehme jetzt zu 가능men. Großartig nehmen, richtige Scheiße, Herr E knots. Gerobi nicht re Moberechtig! Die D1-D1-Waft nada lassen. Es ist gering. so lächerlich so lächerlich jetzt muss ich ihn flaggen weil ich zu doof bin so eine partie zu gewinnen bis zum nächsten Mal